So, Gläschen, dip, 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 so, eine kleine Locker zum Fällen, jetzt habe ich einen Denkfehler gemacht. Ich muss da nicht, ah ne, wobei, das geht ja auch so. Okay, ich werde jetzt zwar ein bisschen gefremelt, aber das müssen wir nur ein einziges Mal machen. Ja, klar. Dementsprechend passt das. Habst du denn schon, ne, in der Flüssigkeit hast du ja noch gar nicht eingeschmolzen, wie denn auch? Doch, hatte ich angefangen, aber konnte ich ja jetzt nicht fertig machen. Ja, verdammt. Ja, da hätte ich gerade auch dran denken können, dass du erst deinen Redstone fertig schmelzen könntest. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, Thomas. Nö, egal. Können wir da noch eins nach oben? Scheiße, können wir nicht. No, Mist. Siehst du, da habe ich nicht mit einberechnet. Ja, das ist nicht schlimm, bau doch ruhig einer oben da, machen wir oben wie so ein Bercht drauf. Nee, das ist schlecht, weil hier sonst Clashy-Monster reinfallen. Ja, klar, wir den bauen, gerade stimmt. Deswegen. Sonst hast du da so Monster im Reaktor mitschwimmen, das ist nicht so schön. Bleib mir egal, die werden abwackeln. Mal kurz noch in die Ecken reinfüllen. Ach, ist das blöd gerade, ohne Strom. Ja, aber so geht es in der modernen Welt. Stell dir mal vor, wir hätten keinen Strom. Ja, das ist richtig. Stell dir das mal vor, wir hätten jetzt in unserer modernen Zeit keinen Strom. Das wäre richtig scheiße. Wir würden untergehen hier. Das ist auch so, weil das ist eigentlich mal ein gutes Thema. Das kann man eigentlich gerade mal so besprechen. Jetzt ist man sowieso nicht so zu 100. Was eigentlich wäre, wenn die moderne Welt keinen Strom mehr hätte, weil du musst mal so überlegen. Ey, aber da bricht ja alles zusammen, die ganze Infrastruktur, weil du musst überlegen, ne? Die ganzen Patientenakten, alles, Leute, das ist alles, sind halt auf Servern gespeichert, die ganzen Bankdaten von uns, alles, ne? Und wenn wir keinen Strom mehr hätten, dann würde hier gar nichts mehr laufen. Das ist richtig. Es würde hier einfach im Chaos ausbrechen. Viele Leute kriegen mir dem Umstand gar nicht klar. Richtig, weil wie wollen wir bezahlen und alles, vor allem ohne Strom und alles, weißt du so, dann hast du kein Licht, kein gar nichts, ne? Und das ist ja mal das, woran sich die Bevölkerung hier gewöhnt hat, ne? Ja. Ich meine, gut, klar, in Afrika, ne? Die, klar, die kommen damit klar, ne? Weil die haben sowieso keinen fließenden Strom und auch keinen fließenden Wasser, ne? Die kommen damit klar, denen ist halt egal, wenn die mal eine Stunde oder zwei Stunden keinen Strom haben, ne? Oder mal fünf, sechs Tage oder was, ne? Jetzt macht er die Zwischenblöcke natürlich nicht zu. Nooooh. Kriegst du doch Herpes auf den Arschbacken hier. Ne, aber das würde echt, das wäre ja das pure Chaos, Leute. Das geht ein bisschen Chaos, ja, allerdings. Mindestens in Deutschland, weil wie gesagt, in Afrika zum Beispiel, da sind die dazu sowieso nicht gewöhnt, dass da durchgehend Strom da ist, ne? Ja, aber bei uns würden sie ja gleich erst mal Amok rennen, Anarchie und Weltchaos, ach, der Liebzeit, wenn ich alles ausbrechen würde. Ist auch so. Ich würde gleich mal die ganze Welt zusammenbrechen, weil wir keinen Strom mehr haben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, es ist einfach so. Ja, das ist richtig. So, Strom an. So, dass wenigstens das System mal wieder läuft. 113RF ist ja ein Witz. Ist egal, Hauptsache das ME-System geht wieder an. Ne, ist noch nicht an. Es kommt langsam, es reicht nicht. Scheiße. Der deckt gerade mal so den Verbrauch, kannst du sagen. Ne, nicht mal. Jetzt läuft die Query drüben natürlich voll. Ja. Ach, fuck. Ich brauche nur Jelorium. Ich gehe mal... Na, was willst du denn hier? Schieb mal ab. Ich habe ja gerade auch mein Jetpack dran, dann komme ich mal kurz mit runter oder was? Ja. Gehen wir mal gucken wegen Jelorium. Ja. So. Ja, und mein Jetpack ist fast leer. Na, danke. Aber wir sind gerade bei 30 Minuten. Ich würde sagen, wir gehen mal eben kurz offscreen ein bisschen was suchen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich will gerade nur an der Query gucken, ob wir was drin haben. Ach so, ja klar, das können wir ja mal kurz machen. Einfach nur mal kurz hin und gucken. Dann ist mein Jetpack fast leer. Dr. Scheiße, was willst du denn, du kleiner Wichskräffel hier? Mach dich vom Acker pissfähig. Ach du heilige Scheiße, der plockt schon wieder alles auf. Ja, ist klar, weil die Chests nicht betrieben werden können. Weil sie voll ist, ja. Ja. Kacke, da ist Jelorium. Hier, kommt jetzt weg. Jelorium. Mach du mal eben das Kabel am besten weg. Ich sammle nochmal in kurz so lange ein, wie es geht. Von was denn Kabel weg? Dass sie keinen Strom mehr bekommt, die Query. Das kann ich machen. So, Kabel ist weg. Läuft leer. Ja gut, jetzt setzen wir noch den restlichen Strom hier. So, Gold und alles, mal alles aufsammeln. Das ist wichtig. Ich kann nichts mehr einsammeln. Ja, ich muss jetzt gerade auch erstmal rausschmeißen. Ich flitz mal eben rüber, mach Taschen leer. Ja. So, Kabel habe ich mal weggeschmissen, Leute. Das brauchen wir nicht. Nicht wirklich. Zur Not können wir den Generator da verbauen. Richtig, die Ärzte sind jetzt gerade echt mal wichtiger. So. Ich bin wieder in der Oberwelt. Ah, der Kern kriegt gerade so ein bisschen Energie. Ah, scheiße. Aber dann kracht da wieder eins. Langt nicht. Ja, weil sie die ganzen Maschinen jetzt auch erst aufladen. Ja, ja, klar. Wobei, die sind voll. Ja, sind alle voll, die Maschinen. Okay. Theoretisch. So, das raus, das raus. Naja, es langt im System, aber nicht. Hast du noch Helorium dabei? Zufällig. Ähm, ja. Drei Stück. Gut. Bring mit. Jo, mach ich. Können wir das kurz umschreddern. Gut, aber da können wir jetzt ein kleines Aufnahepäusschen machen. Äh, dann reparieren wir das gerade mal schnell, dass der ME-System wieder am Netz hängt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Genau, bis gleich. Ciao, ciao. So, meine Lieben, und da sind wir wieder zurück. Unser ME-System hat wieder Saft. Äh, der Runde hat jetzt eine gute Idee, wir haben uns einfach mal das ganze Helorium auf dem System geholt und mal kurz in eine Kiste reingepackt. Ähm, ich habe jetzt auch mal die ganzen Maschinen kurz vom System abgekoppelt. Ähm, und unten den Reaktor haben wir jetzt kurz mit Helorium vollgepumpt, so viel wie wir noch hatten, bis wir wieder ans System gehen konnten. Er ist jetzt auch voll, läuft mit 950 R11. Ähm, ist ja nicht das finale Setup, da kommen wir, da müssen wir dazu. Aber den lassen wir jetzt einfach stehen und ich, äh, hau den ersten Reaktor jetzt erst dann wieder auseinander, wenn ich den zweiten aufgebaut habe, mit dem dem End-Setup dann auch steht. Genau. Das werden wir jetzt so machen. So, aber jetzt kann ich meine ganze Maschinen wieder ankoppeln, denn jetzt kriegen wir ja wieder Strom rein. Genau. So, also zumindest das ME-System läuft dann wenigstens wieder durchgehen und vor allem läuft der ums... Ja, wenn ich sagen, wenn die Zelle voll ist, dann kannst du den Reaktor umbauen, dann werde ich gucken, dass ich meine Rüstung jetzt erstmal nicht mehr auflade. Das heißt das. Ähm, genau. Ja, gut, aufladen kannst du jetzt. Jetzt läuft ja jetzt wieder Strom rein. Ja. Machen wir uns auch nochmal mein Chat-Pack kurz voll. So. So Leute, jetzt müssen wir wirklich erstmal warten hier, weil jetzt brauchen wir der Rohstoffe ohne Ende. Ich hab nämlich, ähm, ich hab das ja gerade schon hier in der Aufnahme mitbekommen, denke ich mal nebenbei. Wir brauchen nämlich jetzt wieder Force-Field-Emitter und da brauchen wir wieder Maschinen-Casings für und das kostet wieder jede Menge Eisen. Weil ich brauch vier Stück davon, dann kann ich mir den, ähm, das Jetpack einbauen. Das heißt, ähm, ja, vier Stück brauche ich von diesen Ionen-Trustern und von diesem Force-Field-Emitter seht ihr ja schon. Da brauchen wir dann, ähm, acht Stück von. Und dann geht's los. Advanced-Circuits brauchen wir noch und wir brauchen sogar noch ein Advanced-Maschinen-Casing. Das wird auch nochmal lustig werden. Da brauchen wir nämlich nochmal normales für Carbon-Plates, ähm, und Advanced-Aloy. Aber ich sag mal so, der Jetpack ist auf jeden Fall besser wie das, was wir jetzt haben und dann hab ich's direkt in der Rüstung getrennt. Das ist, ähm, auf jeden Fall ein Vorteil. Genau. Aber das kriegen wir alles noch gefallen. Ähm, genau, Leute, mit der Energie, ähm, ihr seht schon, die ist wieder bei, ähm, 420k, hab ich die wieder runtergestuft, ähm, das mit der Gewichtsregelung, ähm, das werde ich aufscreen machen für die Rüstung, weil das ist, ähm, das ist so eine friktige Angelegenheit, ähm, da guck ich dann aufscreen, wie ich's dann am besten regle, besser ist das. Ja, aber kriegen wir alles geschält. Genau. Ähm, wie weit bist du eigentlich mit der Enderquery? Die, mir fehlt nur noch Gold, dann kann ich die Query fertig machen. Wieviel brauchst du? Ähm, ich warte jetzt, muss ich überlegen, äh, ich muss grad mal gucken, ob ich damit war überhaupt. Zum Beispiel, guck gerade mal. Ja. Äh, Mensch, wir brauchen 4, äh, äh, ich brauch 16. Ja, ich bin grad noch, ähm, 4, ähm, Frost bin ich grad noch am durchschmelzen, die Hauptstelle gleich direkt in den Ocken. Mhm. Okay. Ja, dann sollte das schon lange eingläschen. Genau. Crap hier muss werden, also. Furnace, 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 da. So, was ich noch brauche. Achso, stell die Query gleich nicht allzu weit weg, ähm, weil wir in dem Chunk, weißt du, dass das auch direkt, ähm, läuft, wenn wir drauf joinen. Ich stell die Query hier in der Hütte auf. In der Hütte? Jaja. Okay. Beziehungsweise, äh, das werde ich unten beim Reaktor machen, weil ich ja direkt an den Reaktor um die, ins Reaktor-Netzwerk anschließen will, dann. Achso, ja. Ähm. Ja, du, die setzt ja, die ersetzt ja sowieso die Blöcke, also von da. Genau. Vier, sechs. Dass du ja keine Blöcke klaut, in dem Sinne. Ja. Passt das ja. So, und so noch einmal, eins in diese Richtung. Scha-wupp, kapapapap. So. Mach das mal weg hier. Kannst du mal einen Gefallen tun? Mhm. Ähm, und zwar, ähm, komm mal runter. Weil ich stehe ja schon unten im, äh, Reaktor-Raum. Hm. Ähm, so, warte, genau. Ähm, schlag mich einmal. Mit dem Rapier. Ach, geil. Also mit dem Rapier, warte. Wow. Alter. Krass. Ah, die Rüstung hält schon was. Ja, aber wenn ich dich zweimal schlag, bist du weg. Ja, das ist richtig. Ja, da muss ich nochmal gucken. Rüstung ist noch nicht optimal. Du sagst freiwillig zu mir, sondern wir schlagen. Was ist bei dir kaputt? Ja, dort ist er sich die Teile-Test dran. Ich darf in die Runde offiziell vermöbeln. Hm, 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 hm. Muss ich nochmal gucken, ob wir da nicht noch ein bisschen was am Shield machen können. Ja, ist ja nicht. Kein Sinn. Okay, da brauchen wir dann Advanced Plating für. So. So. Hier Stück. Hier Stück, pardon. So. Edge Rolls. Heilige Scheiße. Ja, so. Diesmal für dich erst, bevor ich Control Rolls raufballer. Da brauchen wir natürlich auch wieder Circuits für. Das war klar, da brauchen wir auch wieder Eisen für. Lass mich raus hier. Doch, das ist doch. Das ist nicht so gut. Ja, warte, ich will doch gerade nicht so viel Eisen verballern, weil das ist das Problem. Nicht, dass wir dann gleich gar kein Eisen mehr haben. So. Das können wir alles weg. Können wir mal kurz gucken, wie weit die, ähm, Berry Farm ist, die ich hier unten hingesetzt habe. Naja, gut, bis jetzt ist auch nichts rausgekommen, weil der momentan keinen Strom hat. Die Geräte, die haben wir gerade erstmal abgeklemmt, Leute. Der müsste wieder haben. Ach nee, warte. So, jetzt müsst ihr wieder kriegen, die Farm unten. Du dürftest gleich wieder schrubben und enden. Äh, ne, hier, Nuggets war das. So, die müssten auch wieder, ja, genau, die haben wir da, Strom. Wunderbar. So. Sollte eigentlich wieder Saft haben unten. Ja. Das Maschinenschen. Ach komm, Leute, wir fangen jetzt einfach an damit. Wir kriegen ja gleich wieder Eisen nach, hoffentlich. Äh, warte mal. Oder brauchst du nur Eisen? Hä, wieso? Oh. Brauchst du nur Eisen, oder? Nee. Nee, da fehlen. Ach. Ich hab die Verbindung gekrappt, da fehlen zwischendrin Kabel. Moment. Moment, Moment, haben wir gleich. Ein Kabel, eine Leitung haben wir noch da. Eisen zum Craften brauchst du nicht mehr, ne?